Was meinen Sie damit? Ich weiß nicht, ich war an dieser Toilette. Alles nur ein Zeitspiel. Mal hier, mal dort. Hey, verstehen Sie mich überhaupt? Wir drehen uns ständig in Endlosschleifen. Ich habe so einen komischen Traum gehabt. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Vielen Dank, Leute. Okay, we shall the best. Jahre nach dem Zeitung der Wünsche Wünsche sind die wir 50 und 20 Jahre alt. Das war's nicht wichtig, aber es war mir, bis zum nächsten Mal. Ei, wir haben die Wünsche. Ja, da war's. Wir sind so viele Zeit, wir sind so viele Zeit, wir sind so viele Zeit. Vielen Dank.